Hi Freunde! Willkommen zu eurem neuen Stream auf meinem Kanal Freunde! Und zwar der Stream, Alter. Das sind was geiles, Alter. Zwei Streams in einem Tag? Das ist doch ganz was geiles, Alter. Ja, ich mach mal, ob ich ein paar anderen Stream kommen, Alter. Leute, Streams on. Live-Sub-Contest. Ja, dann. Das ist kein Sky-Wars. Ja, das ist so richtig. 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 Das ist so richtig. Das war's für heute. 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 Und der Name ist schon jemand, der in den Augenstift kommt, der nicht nur in den Augenstift ist. Oh, der frisch. Ich leh' meine Musik. Na, Kopereitmusik ist eine geile Sache, weil der ist nicht Kopereit und der ist cool. Stopp! Man, ich kotze doch, die wandern. Die wandern doch so nett. Ui! Ei, sie sind live! Passt aus, ihr Pizzi! Kann nicht mehr schreiben. Ich bin w Sadie. Bei dem Menschen, sie man bis leise will. Mein Mikrofon ist in der Zeit richtig leise. Und sonst kann ich mich überhaupt nicht hören. Und das wäre eigentlich auch so pünkt. Mein Scheller muss sind aber, wenn man mini lasse, dann scheiße. es ist die das ist eine Wettbewerbschaft und so besitzen sie Spektrum t specklen die Linie ist jetzt auch das werden aber nicht so Prozent Prozent wenn gar von der anderen Mann und ein Schatzproblem gelöst werden man kann ja wieder lauter sprechen ich war gerade noch immer auf Louis XM zu tun, oder was? Louis, Kafka, aber ich stammel Wann hast du deine Hände gleich ein? Der streng ist schon seit einer Viertelstunde der schna immer nicht geschafft auf Fässer Diese Maschine kann nicht einen Skype-Anruf annehmen Ach! Was tut er denn da? Halt für die Fragen, warum ich Musik hab Ich hab das Wort Ich weiß nicht, wenn man da oben sehen, wenn dieses scheiß Schilder weggeht Mann Kann ich das vielleicht irgendwie weggeben? Ne Es reicht Ja warte Ja press YouTube Oh my god Was ist mit dem falsch? Da fresse ich doch einen Stein Oh my god, da ist das Bittelfinale Warte, was ist denn ein Problem? Ouh 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 Da kommt dann eine neue Nachricht an Da kommt dann eine neue Nachricht an Aber mal der Louis hat das jetzt geschafft Und das ist ja krank jetzt auf jeden Fall OP und die auch. Leute, was war das jetzt? Was ist das für Equip, Leute? Wir haben gar nichts. Obwohl so schlimm ist es nicht, aber es sagt scheiße. Wir haben kein einziges Herz bekommen, wenn wir nichts haben. Und auch nicht viele Blöcke. Das ist mir aber leider hinhängen. Ich muss aber machen. Das ist schon besser, aber nicht besser. Aua. Das muss weh tun. Ui. Leute, jetzt sind wir gekriebt, dass wir es tun. Ich war gar nicht genau, was ich würde als Nachricht geschrieben haben. Dabei kennt mich einfach so, wenn das nicht komplett blöd ist. Das ist nochmal zwei der Chest. Ja. Wir sehen mal Full Iron. Das ist ganz geil. Wir nehmen Blöcke in den Licht. Freut mich. Und gleich in den Blöden schmeißen. Ich lass jetzt mal die Endfälle zum Safen da. Weil warm nicht. Jetzt passt sie. Wir haben die Maschur, weil die sind sowieso das Schleppste. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das können wir eigentlich ja machen. Wäre lustig, oder? Aber der ist voll dir. Ne, ich liebe nicht. Weil das hier irgendwo ein Gegner der Bock hat, oder was sind die eigentlich so ein bisschen Scheifen drauf. Ich hab's eh nach mich, diesen voll dir in der Mitte noch irgendwie an. Ich geh auf diesen anderen Typen. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Warte mal. Okay. Interessant auf jeden Fall. Ich brauche zwei da oben. Warte, wenn man eh das selbe Ding hat und man bei uns ist. Oh. 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 Geil. Freunde, das ist geil. Machen wir noch mit dir so'n Helm, wenn sie's ausgeht. Keine Ahnung, wie's ausgeht. Ich hab ganz gern mit mir. Drei. Scheiße. Ich würde mich von mir nicht bei Ende Pass aufbauen nehmen. Ich würde mich von mir nicht bei Ende Pass aufbauen nehmen. Das ist ganz safe, aber nee. Ja. Habe ich nicht gerade erst davon gesprochen. Ja. ich gehe gleich ran, was du mal schreibst, geht gerade noch nicht. Das ist andere Typ. Das ist der Typ. Das ist der Typ. Und den können wir glaube ich nicht klatschen. so für das. Soll ich probieren muss? Ja, probieren muss. Paschen. Der geht aus dem zweiten und bestommende von hinten ab. So machen wir das mal. Ich mach das, das sind bei mir its drüben. Dass auch das dann sind beide. Ja das ist jetzt geil. So den kriegen wir hier nicht. Schade, schade. Enderperle, hallo? Enderperle, hallo? Ja, aber mit Anrufen ist die Qualität schlecht. Ich gucke doch einfach auf Skype. So ein bisschen Skumpfen. So ein bisschen Skumpfen. So ein bisschen Skumpfen. So ein bisschen Skumpfen. Hallo. Wie? Warum ist es so sch... Warum ist es so sch... Warum ist es so sch... Warte, wie ist es denn noch auf Skype? Warte, wie ist es denn noch auf Skype? Katharina B-H Oder Mama Katharina B-H Oder? Gut. Alles klein. Katharina B-H A A A Genau. Kann ich kosten. Ich kann auch den einen zu. Ich finde Katharina... Äh... Ohne Beistriche. Warte mal. Oder wie heißt es? Katharina? Wie heißt du? Wie heißt du? Sag mal... Ähm... Ich weiß... Mach ich weiß wer ist. E-Ni X-I-H-D So wie in Game. E-Ni X-4 E-Ni X-4 E-Ni X-Groß E-Ni X-Y-Ni X-Groß E-Ni X-Y-H-D Ja, hat sie. Okay, gut. Wir hören uns auf Skype. Was ist denn? Tschüss. Tschüss, bis gleich. Dank, Aqua. Leute, der Junge hat es geschafft. Er hat es geschafft. Der Maske hat es geschafft, dass wir das noch nicht haben. Ich hoffe, dass wir alle geschafft haben, sonst wird es sein. Sehr. Leute, Leute, das will man nur schnell. Sky war seine Wunde. Flink. 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 Schreib mal eine Nachricht. 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 ähm, HiMatrix, äh YouTube. Ähm, probier einfach... Schreib noch mal Elixir.de, ob's einen zweiten Account gibt, weil ich hab mal einen gelöscht. Schau mal nach. Leute, das war alles zu komplizierend mit diesem Piss an. Ich bin noch kurz an, es ist gar nicht immer noch fertig. Warte, ähm... Er hat einen Gummelskind, nee. Nee, so ein Piss ein. Mich ausgibt... Amal, ich hab mein Arsch gedrängt, der Fenster. Dankereinander, sagen. Was machen? Leut, sie werden mit etwas abgestützt haben, bin inkompetent. Was ist denn jetzt? So... Bisschen dumm gewesen, Leute. Was soll ich machen? Gehen wir mal zu diesen Lüftern. Da kommt eine Nachricht rein zum Fressen. Die ganze Account kommt eine Nachricht rein. Warum haben wir diese Nachrichten? Die brauchen wir nicht schmerzen. Ah, da, jetzt ist ein Nachricht. Da... Ich rufe den Piss amal an. Hallo, du Piss amal, hast es geschafft. Ich bin nicht stolz auf dir. Ja, ich hör dich, aber Louis, ich spiel... Gleich mit Jakob noch ein bisschen MLG Rush. Aber... Ich hör dich, ja? Aber du bist sau leise. Du bist so leise wie eine Seeratte. Mach halt lauter, ey. Am Kopf. Na, wie macht man das Spiel lauter? Nein, das ist der andere auf lauter. Dann musst du das andere auf lauter stellen. Da ist... Da funktioniert das. Hast du ein Mikrofon? Ja, dann kannst du das immer lauter stellen, vielleicht. Du bist so leise wie ein Kehrfisch auf der Goyle-Mongole. Jetzt, ich hab dich auf Maximum. Ich krieg ja noch andere von Jakob. Warte mal, lass mal... Ich muss kurz den... Hallo, Jakob. Du kleiner... Hallo. Äh, Edi, vielleicht ist es gescheiter, weil wir bei BW mit... ähm... Teams wie kochen. Ja, die Sache ist Louis gerade... Louis, Louis, also... Jemand ruft mich gerade über Skype... äh, TS an. Jemand über Skype und jetzt noch du. Leute, alles klar. Äh, Louis, warte, ich leg kurz auf und sobald ich... wenn wir mit Jakob fertig, äh, bei uns gespielt haben, dann können wir sowas spielen. Okay, passt, Louis? Louis? Louis, hörte ich nicht. Du musst das Mikrofon anschalten. Pass, okay. Du hast gerade das Mikrofon geschrien und man hört trotzdem nichts. Gut, äh, ich rube ich gleich zurück oder dann, ne? Tschüss. So, wie schon? So, wie schon? Oh, ja, warte schon. Ah, ist noch. So, ich war gerade kurz auf, okay. Ich muss gerade nur... äh, Skype und so abbringen, ne? Den TS anrufen, ne? Ich nehme dann später an, Leute. Schens-Tase. Ist immer so kompliziert, Olga. Hast du fresh? Ich baue, äh, Kiel einfach. Ich hab ne Hand. Ich baue noch. Ich hab ne Hand. Ich hab ne Hand wirklich. Da steht ne Hand, der kommt. Deine Aspekte. Ne, ne? Ich lasse. Ich schaue den Jakob, dann hol der das Bett nämlich. Der hat kein Bett mehr. Okay, GG. Oh, moin. Hab ich bisschen braun silber? Hey, hey, du musst essen oder einen Weg zu den anderen Wort? Ich geh dahle, okay. Ich geh da. Kann die hier natürlich machen. Ich bin nicht menschlich gesehen. Abstoßen. Hier doch anscheiden schon. da ist es eben gut nicht so gut er wird sogar in Skywars würde losbaut und lauf also nach hinten uns liegt mit einem großen Brot ist das ist so tun okay ich bin mir dann kann ich glaube schmäh eliminieren wenn es geht also der plan jetzt gerufen mit der felix noch an ein jetzt haben wir mich hat gebeten dafür sind ja felix was das ist jetzt felix meine maus gar abgestimmt was ist felix hatte ich verstehe dich nicht die kann ich nach dem stream schicken jetzt bin gerade noch ich schieße den stream das ist jetzt unbedingt dann ist ja halt noch so lange ist die ich weiß nicht wie lange aus dem war die schieße die kurz an der schwede Oh, warte mal, nein, ich hab, ich hab sie... Oh, falsch jetzt, oder was? Ja. Augein, das ist kompliziert hier. Schon mehr nix. Und eins. Und zwei. Und drei. Und noch mal. Leute, da haben wir es so kompliziert hier. Und noch mal. So. Hoffen wir mal, es geht jetzt nicht noch mal 590.000 andere Antworten ankommen. Hallo, Jakob. Der Felix kommt einfach mit... Was? Ja, ich bin tot, Elio, unser Bett ist weg, du warst nicht da. Ja, Felix, Felix kommt mit in den Stream und sagt, Höh, schick mir die Fotos von Geschichte, äh, von Deutschen sofort. Oh mein Gott, ich brauch's so dringend. Mein Gott, du bist so schön, jetzt mal da. Ich, so wenigstens Stream, es nur die Fotos hier ist, bitte. Kannst du gut erspringen? Aber, nein. Aber mein... Ich, ich darf jetzt aber jetzt nehmen wir schon. Ja, gut. Hast, hat schon nicht mehr viel zu rät. Gut. doch was auf Corona? Ja ja Ge ist neuer runter? Ja ja So gut Du hast einfach Geule, Mangola is auf Weed Das möchtest du mal das jetzt sagen Jakob? Sag 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 ein Ich bin auf Weed, so bist du Und warum kannst du das auch sagen? Eli bitte kannst du mal für Baby Legions wurden Ja und sicher doch. Hier Pentagramm alter. Jetzt ist er doch noch nie mehr drinnen. Jetzt da. Der ist aber schön. Spiel jetzt. Ich hab ganz so positive settings drin gehabt, war nicht so schön. Zwei sind schon da. Da ist ByLegend Kevinchen heißt der andere. Mr. Feier. Aber das reicht ja noch. Aber da wischt er ich bin cool und der Jakob ist gar nicht cool. Weihnachtscraft. Ne. Sehnt gar nicht ein. Spiel Werbung machen. Ihr seid im Stream Leute. Hallo. Kannst du mich grüßen? Palma. 77. Ne. Mega korrekt. Na Gott. Kompromente. Ich kann uns machen. Ein starker Kopf. Ähm. Hallo. Ja Palma. Sieben. Und die haben kein Bett mehr. Ähm. Ich grüße Palma. Sieben. Und sieben. Und sieben. Und sieben. Und sieben. Und sieben. sieben. Und 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 sie dann vielleicht nicht Spaß ja der Mann braucht hau raus Jakob Mundmogalder Schmuck kein in klein in klein ist für fahrle Leute Alter der lauft weg da besser der Angst weil ich so Angst vor meiner Aura Leute was äh gelb haben noch im Bett ja scheiße ich bin da warte der kommt pass auf schnell musst du ihn fressen Jakob sonst frisst du uns du musst du dir das kriegen ich hab kein Stuff dann macht das Stuff ich glaub er ist höher ja er ist runtergefallen oh Gott das war lucky sonst wäre ich jetzt schon ziemlich broke hab ich ihn ich weiß nicht wie ich ihn hab er ist gestorben und ich hab ihn so nicht kühler was rumgepangen vielleicht noch aber der lebt noch ich weiß ich seh also kriegst du ihn? 3 ich habe ich weiß nicht nein ich hab' ich bin da unten schockt ich hab' ich hab' ich bin da unten es ist knapp ja ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich habe ja ich hab' ich bin tot K 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 Ebenen mit und ich gehe zum Boden ja ich gehe zum Geld oh der ist der das verlassen ja weil ich gehe heute raus und zurück, weil der ist fast gut so, so, na gut ich weiß ich seh das eh auf Skype, dass du mich hier voll spammst, Louis hab zweiter Skype so, es leckt mich runter äh, ich hab Skype eher vom zweiten Bildschirm ich seh das eh nicht ähm, Louis, ich glaube es geht nicht schneller, wenn du eh voll spät das kann ich auch nicht, aber der da ich glaub das ähm, bei der Hand ich bin jetzt für ein Handdown, kannst du kurz kommunizieren? was, wo? oh ja, gut es werden wir wollen aber noch eine Runde und dann geh ich zu Louis, weil ich morgen in die Schule umgebracht von ihm äh, du was schließt er mit ihm? keine Ahnung, er will, ich weiß nicht, was er spielen will vielleicht kann aber vielleicht können wir zu dritt irgendwas spielen wenn er halt ja, stimmt wir können auch einfach Battles 1x8 spielen zu dritt, das ist auch lustig ja, stimmt oder halt Battles 3x8, aber Louis nicht so gut denn bei der Sieiii ey, Spaß, Louis, bist du gut gehst du da hin, sollst du zum anderen gehen und dann machst du ein paar hoch, ja ich sag das Schnell, kommt zu dem ai schallt, schallt, ach dann die timon irrs die ist da g ne k schl ich bin tot fach ich hoffe dass ich eine Spitze erkennt, das freut mich. Leute, scheiße. Nein! Ok, sag, Luia soll ankommen. Ja. Sag, Jakob, ich spam net, sondern kommentiere und nein, ich bring dich net um vor mich. Luia, du kannst ankommen, wir machen, komm auf Nero, wir machen 1x8, äh, schon ein paar 3x8, aber ich bin den Typ on, und, äh, spielen wir noch mal ne Runde gut. Was? Er ist schon on, er ist schon on. Ach so. Er wartet dir die ganze Zeit und smärt mich zu. Hast du ihn denn die Party eingeladen? Ähm, noch nicht, er ist noch nicht on. Also, er ist halt in, er kommt jetzt grad an. Er trank grad, jetzt hat's nicht ausgezeigt. Aber er ruft mich grad an, oder er ruft mich grad an. Ist halt bin, Jakob, du hast keinen Skype mehr, oder worum geht's nicht mehr über dir? Sonst kannst du dir nicht zu dritt telefonieren. Weil ich kann natürlich mit euch beiden telefonieren. Und Luia will... Ja, egal, da geht's einfach on, aber können wir... Ich spiel jetzt noch einmal, 8x1, bitte. Ja. Luia, kommst du bitte on? Ich hab auch noch mehr Zeit. Komm einfach an Nero 2x8 mit mit. Erzähl ich, ich geh jetzt noch rein. Ja, mach. Das schon. Wann, Luia, wenn du eh schon die ganze Späne bist, der kommt jetzt on? Na, jetzt sind einmal, wenn du nicht mehr. Der kleine Flame, ich rufe mal ran. Jetzt ist auch alles klar. Wenn die Menschen sind, sind nicht abstoßend. Hey, ich kann nicht in die scheiß Rumpen gehen. Da muss man Lust drin. Luis, bist du da? Lu, ich höre dich genau so. Warte mal. Sag jetzt mal was. Hallo? Gut, ich hab grad meine Boxen komplett laut gestellt. Jetzt höre ich dich. Was? Ich bin Kommentator. Jakob war voll fies. Warum? Ich hab doch nur kommentiert, wenn du mich die ganze Zeit bereitet hast, dass ich nicht in Bad Wars 3, äh, 3x3 oder was man warst. 3x3, genau. Bad Wars 3x3, genau. Das haben wir ja die ganze Zeit gespielt. Oh, Luia, das war ursüß grad. Jakob, du kannst eh on bleiben, aber man hört dich halt nicht so gut, weil du halt am Handy bist und nicht auf dem PC. Warte, ich schau kurz auf das Cam, ob er man ihn hört. Hört man nicht? Man hört ihn schon, aber nicht so gut. Das geht. Das geht. Warte man nicht? Dich hört man gut, weil ich gerade meine Box nur auf Maximum gestellt hab. Und beim Mikrofon gegen die Box, äh, gestellt hab. Ähm, kommst du bitte auf Narrows? Ich hab die DDP geschickt, falls ich nicht hörst. Wir sind noch nicht Freunde. Ich hab... Doch, du, wir sind schon Freunde. Wir sind, wir werden noch nie Freunde sein, weiß ich. Okay, Jakob, sag mal, die Runde fertig ist. Ja, bist du fertig mit der Runde? Ich kann in der Runde gehen, nämlich. Wir werden die Freunde sein. Verstehst du das? Wir werden die Freunde sein. Wir werden die Freunde sein. Leute, wir spielen uns einmal 8 und fällst uns gegenseitig. Wir nehmen Teams nebeneinander. Ähm, Jakob, nimm du? Warte, nimm du! Also, ne, wusste. Ich nehm' schwarz aber nicht, glaub' ich nehm' Jakob. Ich färde schwarz voll. Ich nehm' halt was du müssen. Ich nehm' halt was du müssen. Du bist gar nicht schwarz mit Schützen. Ja, ich, weil der andere ist schwarz gegangen. Wer ist da? Lu, ich bin neben dich. Ich hol, ich hol dich. Wer ist da? Neben dich. Ich bin neben dich. Ich wollte sagen, ich hol dich. Ich bin neben dir. Und dann hab ich zu mir jetzt das vertauscht. Ja, krass. Hm. Hast du Moonwalk verpackt? Das hab ich gesehen. Das war nicht Moonwalk. Das war normal. Ich hab's nur irgendwie... Keine Ahnung. Don't ask me what is. Ich hoffe. Doppelser kannst du sterben. Yay. Ich fahr da rein los. Oh, ein Fischer. Woran hat's gelegen? Da ist er hinter mir. Das bin ich. Ja, das ist nicht Eli. Scheiße, mein Bett ist ab. Ja. Ja, moin, ja. Okay, ich find's los. Oh, boin. Knüffel ihn, knüffel ihn. Er ist hinter dir. Diese Ente? Ja, die Ente ist tot jetzt. Fuss. Ja, ja, warte, warte. Ich, ähm. Es geht ja weiter nur um. Alle, die zuschauen, sagen jetzt mal Hashtag Eli ist ein Fischer. In die Kommentare schreiben. Nein, Louis ist schlecht in die Kommentare schreiben. Das ist der einzige wahre Hashtag. Können wir aufkommen? Hallo, Ente FFA. Louis ist schlecht und ich will ihn. Ich bin ja echt. Upsala. Eli, welcher, welches, welches Ding seid ihr? Also welcher Kopf warst du? Ich war Mini-Mü-Checker. Bin der kleine Mini-Mini. 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 Das ist Mini-Mini. Okay. Dann ist er weggekommen. Das hab ich mitbekommen, Daniel. Ich kann weg. Das ist also ob du hackst, also ob du hackst schon, aber also halt auf deinen Hacker-Kontor. Jakob, ich bin fertig. Kannst du eigentlich noch eine Runde, oder? Ähm, ja, ich bin gerade egal. Geh einfach. Okay, passt. Was? Als ob bei Mini-Mis denn noch unten die Fress sind dabei? Ich weiß. Leute, ich will beware Legends. Ah, hab ich schon, hab ich schon. Er ist eh beware. Ich will eh beware Legends werden. Ich will jede meisten Leute drauf. Also, ich hör Jakob. Passt. Ich hör Jakob. Ja, du hörst Jakob, weil ich Jakob unter dem Mikrofon hab und du... Ja, du weißt schon, aber... Du hörst mich halt, weil du in der Box bist. Weihnachts wär's besser, ich oder Luis? Wenn du das falsch schreibst, dann freiss ich dich. Ja, ich natürlich. Ach, ich weiß zum Frick, der ist ein richtiger Schwitzer. Okay. Also, nicht du. Du bist eng zu einer Maschine. Leute, bin dumm. Wer einfach raus muss schneller, also. Hä? Als ob es ist nie wie Moonwalk auch raus hat, wie du... Hat der Range? Ja, lecker! Ja! Ja! Äh, ich denke mal bastelt, Leute. Leute, ich bin so... Was? Oh mein Gott. Schau, das ist ein guter Stream an dieser Range von dem. Saftig. Saftige Range, wenn ich so. Den schau ich kurz zu. Bei mir war's? Ja, genau. Ja, bei mir war ein richtig harter Hacker. Ja, okay. Ist auch nicht besser. Ja, Louis, äh, Louis hat auch schon erhackt. Louis, scheiße. Ja! Du bist so toll, Papa, ich liebe dich. Papa. Papa. Hat dein cooles Cape, ich will dich drin schnoren. Wen hörst du? No. Warum? Können wir doch irgendwie ein Clan für dich oder so spüren? Clan Badwurst? Ja, wir sind nicht nur ein Clan. Und ich geh nicht auf Common drauf. Und ich spiel nicht auf Common Badwurst. Eier, voll, das gibt's ja auch nicht. Ja, es geht dir. Bei B geht er auf Common, das stimmt. Ah, ich bin dumm. Tag, warum hab ich immer diese Schwitzer bei mir? Weil es so ist. Ich hab's überlegt, in einer Lächel. Du nicht. Ich kenn, ich, ich kenn viele Legends, aber nicht du. Ich bau jetzt ein Backup. Find ich gut. Tag, komm. Alter, ist weg zu hart. Ich schwöre, kein Fake. Hätt ich jetzt einen Stream, würde man das sehen. Ja, weil du immer lagst, du lagst. Wahrscheinlich könnte ich nicht nur streamen. Wahrscheinlich könnte ich nicht nur streamen. Was ist das für ein Jump'n'Run in der Mitte? Das ist richtig easy. Wo ist ein Jump'n'Run bitte? In der Mitte. Na wo? Ja, wenn man das Gold will, gibt's nicht. Ach so. Ist eh cool, dass ein Jump'n'Run zum Gold gibt. Ja eh, aber das ist uhr easy. Ich schaff doch jede Sache. Ich schaff's gar nicht. Nö. Hä, du bist in der Mitte? Ja, Spectaten. Ach so. Ich schaff's. Ach so, da kommt noch was. Ups. So, so oder hieß es gar nicht? Warte. Naja, doch. Ich bin halt schlecht im Jump'n'Run anzlegen. Das kommt aus. Äh, passt. Ich geh nächste Runde, passt. Ja, aber müssen wir dann Ding spielen? 8x1 oder schrückerer spielen? Wir können auch irgendwas mal drei spielen, aber ich glaub das nicht sogar das. Ja, aber es ist, sie sind irgendwie auch. Nö. 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 Ruh. Ehm. Au. Hinsيمel Gittes. honored das tut weh, oh, das tut weh. Ja, ich auch gerade eben. Jaco, welches Team bist du? Was bist du? Ja, ich auch. Nein. Ähm. Ja, Jaco verkauft sich gerade heute auf. Hallo Jaco, ich spektate dich jetzt. Das tut mir übrigens leid. Spektate mich doch, ich bin so toll. Dann spektate ich ihn. Nein, nein, spektate mich nervös. Ähm. Foschi ist weg. Wusstest du, dass das Team von dir und Foschi eh nicht passiert? Ja, ein bisschen. Nein. Ganz leicht, aber nicht. Schön, jetzt war das Bett ab. Das hat kein Bett mit Team Blau, Louis, du Pisse. Schau dir, wer im Bett hat. Das ist mein Fehler. Ähm, wo bist du denn? Ah, da? Ja, ich leb noch, ich leb noch, warte kurz. Das hat auch dein Bett, das ist Jakob, das ist Jakob. Jakob ist schon tot. Ja, eben, das hab ich abgeholt, du bist dann. Ja, cool. Ich weiß nicht, wenn ich zu den Tisch schaue. Die sind dort hinten. Das war meine Info. Das ist lange überleben. Bau dich hier raus, Schatten. Komm, yay. Nein, ich werd's sicher nicht schaffen. Jakob ist wie jetzt irgendwie übelst leise. Ja. Weil... Ja, ich... Ja, ich... Eigentlich brauche ich... Eigentlich brauche ich jetzt hier rein. Das ist so ein... Schlauble. Schlauble. Da musst du's von hinten gehen, irgendwie. Versuch von hinten mit dem MLG zu machen. Was ist der MLG von hinten? Gut, und die sind genau gegenüber von mir. Ja. Du musst immer so 10 Minuten... Slime. Slime. Achso, ja, ja, das kaputt kann ich nicht mehr gehen. Ja, guck, geht ja, weil der Runde ist. Kann auch dauern, weil die sind irgendwie dumm. Was? Ja, das wird wahrscheinlich nicht mehr. Ich kann kein MLG zu machen. Ich bin ja auch schlecht in dem, muss ich sagen. MLG zu machen. Kann ich nicht. Warum hat der jetzt nicht funktioniert, aber... Ist das ein? Testest du grad diesen MLG in Spectator Mode? Ja. Ja, Mann. Ja. Aber ich verkack die ganze Zeit. Ja, aber irgendwann dann sagst du ja, Mann, und ich baue dein Bett ab gerade. Weißt du? Wegen dem MLG. Ich knall beim MLG immer gegen diese Drecke. Provozieren, provozieren, provozieren. Ja, 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 ja. Provozieren, provozieren, provozieren. Mach jetzt MLG, ich seh dich. Schau dir zu. Okay, warte. Wenn du das schaffst, dich klein komm, lass es. 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 Ja, bra... Nein, ich wollte eh, aber... Der Typ ist halt gekommen und hat mich dann weggestompelt. Du stompst? Aber ich mein den echten Emotier. Das klein wird und dann wieder rein. Ja, eh. Ich bin oben an die Decke klatscht. Ich hab dir zugeschaut, Alter. Fresh. Ich weiß, dass du dich unten abgefangen hast und ich dann hochbauen wollte. Nein, ich... ich müll Kopf gegen die Klatschen und hab mich hochgebaut. Hä? Wie bist du fertig? Äh, nein, aber gehen einfach... gehen eine andere Runde und das kann auch dauern, weil die sind irgendwie komplett eingebaut. Irgendjemand schreibt, hey, eigentlich, wer ist der Abwartung? Der Abwartung? Das ist der, den ich provoziert hab. Ja. Ja. Warum... wie provozierst du denn? Einbauen oder weißt du... Ja, einbauen. Das ist lustig. Danach müssen wir aber auch irgendwo schauen lassen. Wir müssen dann noch den Server... Als ob dreckige Teamer... Wir teamen halt gar nicht. Ich weiß, wir haben vorhin gebaut. Ach so, ich dachte... Ach so, die haben die Frau... Ja, als ob die... als ob wir jetzt teamen würden. Das ist halt überhaupt nicht so, aber gut. Die Drolls sind... Bei mir... leck... ist das Internet gerade so schlecht, dass die... Louis, wo ist denn... Junge, wo sind die Typen? Soll ich das sagen? Nee, aber... du kannst es schon machen, aber ich hab keine Ahnung, wo die sind, Alter. Ja... Ach, warten hat sich drauf gebaut, richtig hart und... Ja... Ja, lecker, Leute. Der einer baut sich was... Ja, nur hat sich... Geh mal dem Schieber, ich komm mal. Habe ich schon, die haben alle kein Bett mehr. Ja, die bringt sich eh um. Eine, das kommt den anderen, der anderen auch. Und du hast gewonnen. Gleicher Skin? Ähm, nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Feuchy... Der eine ist der feuchigste. Das ist der bessere. Ähm, und der eine ist... Also schafft der Typ mit dem... ein bisschen weiter hervorragenden... Junge, dieser Typ denkt einfach echt, der wird teamen, Leute. Leute. Also entwickel jetzt alle... Tch, mein Gott, der ist in meiner Tasche voll mit Blöcken. Ich hab diesen Typen noch nicht einmal gesehen in meinem Leben. Jo, mein Gott! Was macht der denn für ein energy? Der springt von ganz oben, fast nach ganz runter und macht einen Cockwärtschen. Und jetzt ist das so... Äh, ich weiß nicht, siehst du... Willst du nur mit mir spielen, dann mach... Hör ich jetzt auf, aber es soll behindert werden. Ja. Okay, einer ist down. Ja, ich weiß... Die feuchten sich halt. Bau dich... Bau dich nicht drauf. Warte, bis er runter kommt. Der kommt ja nicht runter. Glaubst du, der kommt ehrlich da runter? Doch. Doch kommt er. Ich bin mir sicher. Er ist ja vorhin auch runter gekommen. Von ganz oben. Bau dir eine Plattform, dass er dich nicht stoppen kann. Kann er... Kann er machen oder will. Aber... Ich mach's jetzt... Warte, hier hab ich den Tabschutz. Ich will schon ein wenig tappen. Ich weiß... Ich weiß eh, ich weiß eh es um. Danke. Nein, das ist so ein... Wenn er das jetzt macht, geht das... Er ist so ein Abgebot. Ich weiß nicht, dass ich das sagen muss. Aber er baut sich jetzt in die Mitte zu dem Wasser. Nee, er baut sich überhaupt nicht in die Mitte. Doch, ein bisschen. Achso, nein. Doch, nicht. Er ist in die Mitte. Pass auf! Er steht jetzt erst. Crash, Leute. Okay, Jakob. Ich bin fertig. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Er ist grad low. Kann ich in die Runde gehen, Jaob? Ja, ja. Jakob, das war grad so geil. Wir haben so überhaupt nicht geteamt. Er schreibt so übelst... Dreckszimmer und so. Dann, ähm... Flick es runter. Er ist grad so low. Lois. 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 Schön, gell? Hat Lois gemacht. Lois. Okay, warte mal. Der schaut sogar nicht so viel. El. El. Elie bist du dieser Herr Chmure. Oh, dieser Heist. Ich hab' vergessen, die der Elie zu sein. Was? Ich bin Schminimi. Achso. Dann ist das ein Elender. Schwitze. Warum? Weil er... gerade... irgendwie... nicht baut. Und dann kommt jemand von hinten. Ähm... Ich würd sagen, ich bin gut. Ich würd sagen, Jakob wird elend gesandwiched. Elend gesandwiched. Elend gesandwiched. Ich schau dir wieder zu, oder? Bist du leider in der Mitte, oder was? Ne. Gar nicht. Gar nicht. Ja, nein. Ups, ne. Das ist, als ob ich in der Mitte bin, auf Nerox. Es gibt viele Dinge, wo ich den... Jakob, soll ich dein Bett bauen? Die Golds bauen also nicht mal an. Ich bau dein Bett ein, okay? Ja! Jakob, geh nicht viel mit dir allein. Ich schwör, ich bau dein... Du bist so ne Ratte! Ich bau dein verdammt das Bett ein und du gehst mich! Ich... Ehrenmann! Eigentlich war auch... Ich hab dich mit ihm gewandert! Äh... Sagt der, der sagt, bau mein Bett... Nein, gut, das hab ich nicht gesagt. Ah, der Bett sagt. Meins oder Jakob? Meins nicht. Meins nicht. Also Pech. Jakob, ich bau mich jetzt... Jakob, ich bau mich jetzt... Äh, unglücklicherweise über dich drüber. Was? Ein Pech, aber auch. Hallo? Das ist Revanche. Entschuldigung. Jakob, ich soll dich hier abschauen? Ja, sagt der! Ja, ich... Ich bau dein Bett auf! Du hilfst mich! Du dreckiger Abstand! Juhu! Juhu! Keksmeister! Stib! 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 Tschüss! Keksmeister! Und jetzt, warte, jetzt! Ich tu ihn verwirren! In Spektäter! Ich kann mich gar nicht sehen, aber... Genau! Warte, noch jeden Tag! Ja, das ist der Typ stört mir nennt! Ja! Ja! Jetzt bring ich runter! Ja! Bis der Aktion! Ja! 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 Warum nicht? Ja! Ist doch gut! Nein! Nein! Dann bin ich halt wieder zuhause! Noah ist in der Runde! Lil! Ach so! Er hat jetzt nen Bett, oder? Noah ist in der Runde! Junge, Jakob ist bei deinem Bett! Ich muss leider dein Bett defensen! Schade, schade! Okay! Schade! Nein! Okay! Noah ist nicht mehr genug! Doch! Serges! Ja! Er heißt... Seit wann heißt er Serges? Seitdem! Er hieß doch früher immer Weihnachts! Ja! Früher als damals! Ja! Diese Aussage früher als damals! Ein Lox hat mir besser gefangen als Serges! Sehr schön! Sehr schön! Hallo! Du hast mich umgebracht! Also du... Ich hab mich zu dir gebaut! Kann es das sein? Du... Minis Dreckskind! Warte! Iches dreht jetzt nur in die Party! Der ist süß! Der ist so süß! Der ist so süß! Der ist so süß! Der ist so süß! Der glaube! Der glaube! Der glaube! Der ist so süß! Weil das ist mein Pappel! Wir können dann irgendwelche 4er Runden spielen! Ne! Wenn dann 3er Jakob muss drauf. Wir können dann 3er Runde spielen. Papel! Loll, der hat Angels, die Angel Wings. Ja, das ist traurig. Ja, als ob ich nicht gewandt werde. Der ist ein bisschen behindert. Ja, ich bin ein bisschen behindert. Nein! Ja, der mit den Angel Wings ist da, ist er verloren. Ja! Ja, lecker, 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 lecker. Junge, was bei dem los? So ein... so ein... keine Ahnung was. Ich baue mich da hin, das ist lustig. Das wäre geil, wenn der Sohne gesprungen wäre und der Kini klatscht wäre. Kommt der? Einmal dieser Name. Irgendwie blau. Irgendwie blau ist gestorben. Nein, 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 nein. Nein, der will mich verarschen. Der hat das geschrieben. Es ist ja üblich geil, meine Mutter hat mir so einen Antimontraspray zum Spaß geschrieben, weil es ihre Kollegen hier geschenkt haben. Der war nicht dumm. Der war wirklich nicht dumm. Der hat geschrieben, blub, ist gestorben. Ich bin tot, Leute. Respekt. Ding, 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 ding. Der mit seinem Levy Mod Cape, Junge. Such noch tollen Capes. Hat der einen Cape? Ja, der hat einen Cape, das nehme ich sogar. Das schnurre ich mir, weil ich das lustig finde. Walu, ich hab... Warte, ich bin so dumm. Kann ich dumm? Ich soll mich verschwimmen, warum? Weil ich nicht so glaube ich bin. Ich kann mich das nicht machen. Ich werde dich nur versorben. Ich hab dir nur zu nehmen. platforms ah hier hieß es noch was das ist schon es gibt n financially das ist schon die di Es ist einfach gequittet. Die Kasse bitte auf, um mit dieser Plopflöhe zu spielen, das würde meine Ohren gut tun. Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Was ist das Bett, Junge? Vorsicht, Baustelle, Elternhaften für ihre Kinder ist gerade bestanden. Wo? Da oben. Wo ist das Bett, Mann? Ich bin bei der Base und weiß nicht, wo das Bett ist. Hallo, Luis. Du weißt auch nicht, wo das Bett ist, oder? Das ist doch nicht die Base. Ah, stimmt. Da komm ich früh drauf, oder? Du bist so intelligent, um nicht zu sehen, dass das die Mitte ist? Ach doch. Ja, ja. Aus, aus, aus. Ja, warte, das ist ein Typ. Ja, ich nicht. Hallo, Kleiner, bei Patrick, es gibt's da mit. Das interessiert mich einen, ja, das ist mir schon mal. Einen Päusche Furz. Und dachte mir, du sagst, das interessiert mich, 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 das interessiert mich. Ach, mal. Ich hab's ja, ich ge�ר��라고. Es ist halt geschätzt mich. Der substit-ingstauspiel ist, dasittersug ist es wirklich. Was demonstrieren wird? Ist das? ? ? ? ? ? ? ! ? ? Du kannst mir Skype anrufen, ja? Nein! Ja, mit deiner Gruppe, Louis, fülle nur, äh, nur, ja, fülle nur deine Gruppe dazu. Ne, mach du so. Ne, mach du. Du, Skype auch. Ne, mach du. Ja, du auch. Nein. Pissau. Muss man es selber machen. Mach mal was für den Kopf, denn du brauchst Blöcke für die Arbeit. Ne, ne, warte mal, ich kann da, da warte Teilnehmern dazu fügen, ich hab nur noch nicht, du hast nur gespeichert, bitte. Nein, hab ich nicht, weil das ja eine Frau, die meine Mutter ist. Ja, Noah, wie heißt das? Skip, hör, Alter. Da kann ich dich schlucken. Nein! Du hast geschkommt. Du hast geschkommt. Die kommen, die kommen. Das interessiert mich auf euch mit der Link. Ich werde einfach wegfressen, wie meine Oma. Hallo, kleine Pats am Dach. Willst du vielleicht leise sein? Louis, da ist doch... Ja, nicht nur, der Typ auf unserem Dach. Ich schläge in die Nichte. Ich werde nicht gesungen, der hatte durch mich durchgesprungen. Hey, der braucht doch unser Bett ab. Ja, ich weiß. Was? Warum lucht sich das nicht? Warum lucht sich das nicht? Warum nicht dazu? Du, 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 du. Rauch dir auch sein Bett ab. Ja, was glaubst du? Oh, da ist ein zweiter Typ. Alter, der Typ mich jetzt nicht ins Frontschirpen. Ich bin下. Ah ja, unser Bett ist ja schon dabei. criticize ich mir nicht, wie lustig das ist, aber wir müssen leider... Wir müssen leider, leider, leider mit Louis dollars spielen. Oh mein Gott, der Grinch ist real. Möchtest du ein Anti-Monster-Spray? Nein, danke. Was siehst du dann? Nein, danke. Was war das gerade? Warum hast du so geschaut? Ich hab Angst. Ich brauche mein Anti-Monster-Spray. Das hat mir meine Mutter geschenkt. Ich weiß, dass sie in der Arbeit bekommen hat. Das ist einfach nur so ein Gefühl. Ich ruf dich an. Ja, nur du kannst du ganz gerne anrufen, du bist so. War dein Meister geschlagen. Nein, nein, ich hab Jürgen gar nicht. Ich mach extra für dich. Nur gar nichts. Nur gar nichts. Ich mach nur We-Tippold. Ach, We-Tippold, das hab ich noch nie gemacht. Ja. Ja. Regst du das? Nein, gar nicht. Ich krieg nur leider keine Noteback. Das ist ja. Ich hab jetzt wieder gesprungen. Ah, das Tribill sieht aus. Oh, jetzt hab ich unabhängig mit deinem Hot-Criot zu frei gewechselt. Du weißt nicht, was We-Tipp ist, oder? Nein. Guck mal, ich tappel grad, ich spammen und dann einfach weh. Das ist sogar richtig. Nein. GG-Lose-Maschine. Aber... Aber mir funktioniert das nicht. Weil? Ah, weil ich finde. Du musst spammen und dabei halt viele Klicks machen. Ich... Leute, denk ich, das sind zu scheiße. Ich bin mega scheiße. Was ist das für ne Map, Alter? Das ist die Map, wo du raniert wirst. Zumindest. Ey, ich gucke jetzt lang, dass du fällst mir mal das auszulangst. Ähm, was? Ah, Junge. Ich müde dich einfach gleich. Kannst du nicht, ich bin doch Team-Spiel. Ich müde dich trotzdem, ich lege einfach auf, wenn du halt kein Team-Spiel hast. Du bist ja auch nicht. Ja, ich hab halt nur mal Team-Spiel und du nicht, du bist. Nein. Nein, wenn du nicht in der neuen Welt bist. Ich halte mich, um die Technik-Spieler zu sein. Ich lasse das mit Peter, die kann ich nicht spüren lieber. Warum muss ich mich einfach jetzt springen und dann so schön erhoben? Ja. Ähm, Suizid. Ähm... Machen wir, ähm, keine englische Wörter-Aufgabe? Aufgabe, Alter. Challenge. Challenge. Mit runter springen ist ja gar nicht so gut, wenn einmal Shiro ist jemand da runter. Was war das? Ich hab MLG-Rush gesagt. Wieso? Ich mein, Rettungs-Lauf. Ja, genau. Weiß lieber, was MLG heißt. Ja, du hast MLG-Gesetz springen unter. Okay. 2. Ja, jetzt, wenn du mich gekillt hast. Ja. Er killt. Du, 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 du. Musst ich... ... und das ist musikalisch zu untermalen. Ist... Ja, okay. Das ist musikalisch zu untermalen. Was? Na, weißt du? Es ist deutsch, Alter. Ja, aber was ist das für ein deutsch? Und das ist musikalisch zu untermalen. Kann man leider nicht zu sehen. Was? Ocarina. Ocarina ist ja englisch, oder? Ne. Ja, schon. Sagst du es deutsch? Eine Ocariniatet, oder was? Ja, genau. Genau. Man sagt, man sagt, ein Steinernetz. Holzblasinstrument aus Stein. Steinernetzblas. Holzblasinstrument aus Stein, Leute, wir kennen sie nicht. Bist du auch so low, oder habe nur ich zwei Leben? Mit der Frage, du schlagst ja mit einer Spitze, die größte. Spitze? Ja. Du bist auch recht ein Kehlfisch geboren im Nordpol, oder? Was? Du bist auch ein Kehlfisch aus dem Nordpol, oder? Ja. Von Kompetenz her. Von Kompetenz her bin ich Level over 3000. Level? Ja, Level. Na gut, es geht auch ins Deutsche, ja. Okay, na gut. Brauchst nicht mehr. Ja, aber sagst du in Deutsch? Stimmt. Ja, okay. Ne, lass. Ja, stimmt. Aber lass uns noch durchgehen mit dem bisschen an. Also, mal. Da alles abfüßt, nur welches Wort ein gewissen wurde. Ja. Heute, wir haben unser Bit seit drei Jahren noch das mal abgebaut worden. Ne, war... LOL. LOL ist ein Begriff für englische drei Wörter. Bring runter, du bist so. Lachen ohne Laute. Nein, du kannst doch Lachen ohne Laute sagen. Verdammt. Ja, du bist ja nicht runtergesprungen. Ich hab dich runtergekickt. Ich hab dich gekickt, alter. Ja. 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 Gekickt springen. Habe ich schon getan. Ja. Alles gut. Naja, aber gekickt ist eigentlich Deutsch. Nein. Doch. Das heißt, getreten. Ja, gekickt ist auch Deutsch. Nein. Ja, hat das Repp in Leipzig doch gekickt Deutsch ist. Ja. Das ist nicht Deutsch. Das weiß ich... Das weiß ich... Das weiß auch immer den linken Arsch an. Ja, wenn die das weiß... Ja, wenn die das weiß, dann... Dann ist es falsch. Weil die hat keins Kompetenz. Keins Kompetenz? Ist Deutsch. Ja, eher. Ich meine, es ist Deutsch. Also, es ist KEIN Deutsch. Es ist... Es ist... Es ist Deutsch, aber kein Deutsch Grammatik. Eigentlich richtiger Satz. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist kein Deutsch, aber kein Englisch. Es ist... Es ist... Englisch. Ja. Sprich... Sprich... Russisch... Russisch eigentlich. Es ist recht okkaritanisch. Es ist nicht schlecht, meine Freunde. Heute haben wir das Bett. Und ich zeig euch ein Lifehack von dem Bett. Warte kurz. Hä, was macht der für dich? Ich weiß nicht. Ich zeig euch ein Lifehack von dem Bett. Und ich zeig euch, wie man das Bett abbaut. Das Bett schmeckt gut, wenn man nicht braten. Wenn man nicht braten, ist es nicht so gesund. Junge, ich kann es nicht aufhören. Ich hab Grinch. Der Grinch ist real. Warum hast du eine Blockflöte da? Ich rufe dir die ganze Zeit an. Ja, ähm... Ich... Ich... Ich bekomm... Ja, das wär immer übelst. Ich bekomm kein... Kein Anruf. Karten. Karten. Also das deutschste. Du musst... Du musst... Du musst... Das zähle ich dir jetzt runter springen. Du musst Maps gesagt. Das heißt Karten wird besser. Jaaaa... Du... Du! Nein! Nein! Ich will doch nicht mal zu links Platz sehen und dann rechts Platz sehen. Kann ich. Ähm... Du sch... Was war das? Und try. Du dumm gepissen. Dann hab ich gestoppt. Abge... Nein! Abgecreeptes! Abgestürzt! Du bist da! So lustig! Eheh... 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 Ne! Scheiss! Nö! Also beruhig! Da! 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 Dann! Ja! 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 1! Ja! 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 Von meinem Finder? Ja! Jas... Ja! Die! Ja! mein Name ist Dummy Redumpter was ist das jetzt wieder für Name alter weil die macht so Double Side immer so Side 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 ich wollte so Side 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 JA LEIN das wäre so so du Pisser das ist nein ich habe verloren gegen dich es ist so ich würde jetzt immer wenn ich bauen möchte würde ich halt links zu so ein Pisser Schlinglinglinglinglingling Schlinge die dann Ringlinglinglinglinglinglinglinglingling nur ich kann nicht anrufen wenn ich wieder auf Skypass und du bist dumm aber sowieso gleich aufhören wir zu streamen weil ich bin nur ein armer Sack in der Sack Pfeifengasse Leute ich bin nur ein Sack Pfeifengasse Sack Pfeifengasse 19 für die das nicht wissen wir müssen noch sagen ähm was ähm was poppen ähm was jetzt mit dem Server besitzt wir können ihn ja mal zeigen hab ich den Leuten schon mal gesagt ne ja ich weiß hab ich immer mit meinem Zweigen ne ich tu den ich geh immer auf die Seite und dann zu Restarten nicht mal das mach ich ok ich schwöre dieses Ding ist so lange kacke der Jakob hat mich untergekackt ich 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 du ich ich du japaner in japaner an legend is nieder und war gerade sehr frisches fast bisschen du bist gestorben ist gestorben und nicht nur in geboren und das tut mir leid warum seid ihr nicht nur in der party jetzt du bist du in die party in die party nee du bist nicht in der runde gerade oder bist du in der runde wenn ich da mal heizt dann muss ich dann mal stoppen Louis kannst du die Blockflöte aus dem Mund packen Ich hab dich gegrüßt. Sondern? Ich hab dich gegrüßt! Nein, hast du nicht. Hast du dich wieder zur Party geworfen oder was? Nein, du bist ja zur Party gequittet wahrscheinlich. Ja also wir fiesen wenn du zu dumm bist in einer Party zu bleiben. Rittittittittiri I like turtles I like Mads Tittittittittiri I like turtles too Tittittittittittiri Why you have no blood so the moon I like turtles and you too Mimimimi I like turtles Mimimimi You could die Oh mein Gott Euer Asteel Dying is gestorben Mein Old Sobe ich werbe jetzt alleine alle leute anstrengend werden im Moment der lebt noch der hat Hexen hätte man immer denken können dass es noch lebt so ein Umstand eher weniger ja eher weniger ne ja ich auch sonst mit Blockflüte ja ich schick die Geldschule wieder ne alles gut was ist das sonst eine Ocarina Ocarina oh die Carina bei der Arbeit Ocarina bei der Arbeit kannst du das bitte weg kannst du das bitte ausschalten Carina bei der Arbeit schluckst du den ganzen Tag I like fishes, I like tissues, I like dishes, I like you das ist eine DIN 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 kriege einen Anruf rein das find ich mein Schlichtgesin ziemlich abschloßend Nein, den Anruf, den nehme ich jetzt eher weniger an. Schatz, jetzt ruf mich dann Niki den ganzen Tag an. Okay. Leute, kannst du mir für deine Party-Frage schicken? Und dann spielen wir... Du bist bereits an einer Party, steht da. Ja, ist komisch. Jetzt geht's auf einmal. Ja, Juno. Weißt du, was ich dir sagen wollte? Ich wollte sagen, ich habe gesehen, dass du heute Morgen in Fortnite gespielt hast. Ja, für Niki. Ja, kannst du für mich einmal auch... Nein. Nur noch eine, nur eine Runde. Loui, sei mal ganz leise, Niki ist da. Hallo, Niki. Also, ähm... Niki, wärst du dafür... Sei mal leise, Loui, bitte. Ja, Entschuldigung, Niki. Okay. Wer wäre dafür... Loui, bitte. Loui. Ich höre ihn nicht. Ja. Sag nochmal Entschuldigung. Ja. 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 Ja, ich... Ich könnte morgen... Ich könnte morgen kommen. Zu Felix. Äh... Ich... Ich weiß eh... Ich muss nur schauen, sag ich bis morgen, okay. Also, ich würde das noch morgen. Passt. Tschüss, Niki, bis morgen. Okay. Danke. 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 Wollen wir eins Runde vor mir eins spielen? Keine Runde? Nee. Der Chat soll bestimmen. Niki, nein, bitte. Nö, nö, nö. Ich sehe ihn nicht. Das ist Chat bestimmt. Nö. Ich schreibe jetzt in den Chat. Wer ist dafür, dass wir mit Chat bestimmen? Ja, niemand. Also... Ja, nee. Ich bin hier der Spiele-Macher. Nein, bitte, Lui. Er hat echt behindert. Er hat einmal kurz gespielt, weil, äh... Niki war... Komm. Nein. Ich mag das... Ich mag das Spiel einfach nicht, bitte. Du zwingst mich jetzt hier dazu, oder was? Ich zwing dich ja nicht. Sondern? Ich hab nur lieb gefragt, weil heute hast du für Niki. Und für mich nicht. Mein... Das ist keine echte Freundschaft, die wir früher... Lui, wa... Mo hat mir alles erzählt. Was ist denn? Jakob ist so ein Ehrenmann, Junge. Was ist cooler? Ich oder Jakob? Nein. Falsch. Nein. Falsch. Der Kerlfisch ist am größten. Teilungsfreiheit in Österreich. Nee. Nee, also gar nicht. Darf ich auch sagen, dass ich kein Fortnite bringe? Getrackt. Okay, du hast keine Rechte. Ich nicht. Du schon? Ja. Doch. Bin ich auf jeden Fall da hin. Es steht dem... Es steht dem... Paragraph 18 W 17 B. Das ist doch überhaupt nicht das Snapchat von der Version 13.0. Nein, nein, nein. Gar nicht. Ich bin schlau. Weißt du das? Okay. Das sollte... Lügen darf man nicht sagen. Ich auch nicht. Meine Mama sagt, sie hat gestern einen Schwamm gegessen. Was da redest du? Warum? Was rede ich? Meine Mama hat das gesagt. Ja, ich esse auch immer jeden Tag einen Schwamm. Du nicht? Ich auch. Boah, boah. Dummkopf. Der lebt! Der lebt! Was? Nein! Na gut. Er ist dafür, dass... Gott nein! Oh nein! Aua. Forn-Mutte. Bitte 그렇죠. Hashtag Forn-Mutte. Bitte bitte. das Gott wir können gerne Minecraft 2.0 ich will nicht 8x1 spielen das stauert das schütze uns so neaa und wenn auf Nero das spielen nur Suchte ne ich bin hier, ich bin kein Suchtürkling ich bin nicht gut ich bin nicht gut hmmm ich bin eine Bande das freut mich zu hören für dich, wenn ich ehrlich bin ich hab vergessen zu sprinten ich hab vergessen zu sprinten ich hab vergessen zu sprinten nein! und ich dachte ich dachte nur schütten das war so richtig das war so der Peser soll an dich sich vergraben der Peser soll dich vergraben kann dir da kein Deutsch sein ich kann auch kein Deutsch weil ich bin eine Binde ich kann so wieder sterben gehen ich bin eine Binde ich kann so wieder sterben gehen komm hol dir den der ist toll hol ihn dir hol es dir lecker 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 hol es dir was? hol es dir hol es dir you make good hol es dir doch Peser hol es dir doch hol es dir es ist ein Leckerli snack steck dich halt du Peser ich hab keinen Block ja spring rüber und gib mir nach hinten ja du bist so dumm mit der Hand mit der Hand ich weiß was soll ich denn tun eine andere alles ich dann war es K die 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 noch nie Ich will ein Glumanda, mein Gott. Glumanda! Glumanda! Ist ein dreckigeres Pokémon, das feiert, spuckt und sagt eben nicht der Glumanda. Glumanda ist nicht glutenfrei. Es ist nicht so, wie Glumanda, Bitch. Ja, ne. Ist das bei dir auch manchmal so, dass bei manchen Maps das alte Trader-System so ist? Das ist, weil das eingestellt ist, weil du irgendwie angekommen bist, wie der Glumanda. Nein, das ist manchmal. Das ist voll fies. Ah, ne. Und ich kann nichts machen. Doch. Inkompetenz. Ich denk immer, wieso, wie ich nehme? Mann, da scheiße, mein Slash. Ich weiß. Jakob heckt. Er heckt mir noch noch mit mir Spaß. Scheiße ist der Inbegriff von mir. Ui. Freut mich für dich. Hast du noch ein Bett, welches dem bist du? Und du blau? Verdammt, gerade noch ein Bett. Ja, Aspekt, Louis. Aspekt. Du wirst irgendwas? Ich bin zwei Bienen. Ich bin drei. Ich bin drei. Fuck ab, Alter. Ich hasse solche Kids. in der Street. In der Gate. Weißt du, wer Kid in der Street ist? Who? Oh, fuck, Alter. Kannst mich auch mal lecken. Null MC Scotic Shuckers. Ne. Nuh. Das macht es. I am like a bitch but I am so cool because I eat a shoe and that's not okay. I like turtles and I like fishes. Eli, bist du tot? Ich bin längst tot. Okay, dann lass uns den Rimmel Chorus spielen. Chorus? Kommst du an? Eli, bist du morgen oder irgendwann noch einmal? Nee. Für mich, weil wir Freunde sind. Vielleicht, ich überleg's mir noch, okay. Eins und bevor, nee eins. Hast du schon gestartet? Ich bin auf Kommen. Ach so. Ich dachte, das stimmt doch mehr als auch. Nee, das ist dunkel. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ey. Aber, ich bin gleich wieder da. Niki ist für Fortnite. Nein. Leute, ihr mischt jetzt weg, deswegen schreibt mal alle, alle 10.000 mal, spammt den Chat voll mit Hashtag Fortnite, egal ob ihr es wollt oder nicht, wir pranken jetzt eh die Community Prank für ADGD. Es wird ein Video, ich sag dir, er kommt ganz groß raus damit. Komm, mach das bitte alle, alle die zuschauen, wer schaut überhaupt, wieviel schaum ihr dazu? Und wieviel schaum ihr dazu? Wo seh ich, wieviel zuschauen? Ich bin so ein dumm Kaffee. Leute, egal. Alle, die hier sind, spammt den Chat mit Fortnite zu. Mach mit. So, schau mal. Lui, du hast uns mein Stream herbrat übernommen, hast meine Zuschauer unterhalten? Nein. Nein. Ich habe nichts getan. Ich flieg auch nicht mehr. Bin ich auch ein bisschen blöde gespielt? Nein. Lui. 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 Ich bin doch schon da, du Piss. Sorry, weil du nicht waschen. Du weißt, mein Internet ist nicht am besten. Nein, das ist ein Werbung für YouTube-Kanal. Man kennt das Schwanke. Menschlich gesinnt zu mir abschließen. Die Leute wissen ja nicht, wie du heißt, die Zuschauer. Ja, die fragen dann, wie heißt du? Und dann sagst du Lirsch. Und dann sagst du so frisch. Und dann sagst du so frisch. Und dann abonnierst du. Und dann sagst du so. Und dann abonnierst du. Okay, nein, eigentlich nicht. Aber manche alle sagen dann, ja, weiß der Kanal. Und dann sag ich, ja, der ist der Kanal. Und dann sagst du so, ja, geil. Der hat einen Balutenkopf. Du bist hässlich. Mann, der. Hast du gerade einen Baluten beleidigt? Nee, der hat einen hinten Kopf vom Baluten. Aber vorne ist er nicht. Nee. Hauptsache, der schreit so irgendwann vorhin so. Lass sie gleich mal Skyboy spielen. Die schreit einfach so. Nee. Das macht gar keinen Sinn, Leute. Was schreibt denn der Chat? Du bist auch ein Mimimi. Wo siehst du das? Mimimi, Mimimi. Ich weiß das. Meine Mama hat mir das schon mit zwei Jahren erzählt. Deine Mama mit zwei. Mama mit zwei. Mama zwei Jahre war. Oder was? Ja. Also, na gut. Was glaubst denn du? Teenagers werden Mütter. Das ist ein Kursklen. Das ist ein Kursklen. Nein, das ist ein Kursklen. Weil sie das nur angemerkt haben. Wird im Kursklen, finde ich gut. Wo seid ihr? Dort! Geh wir unseren Korps, und dann hast du nichts falsch gemacht. Die haben auch einen Korps von uns. So gleich halt. Gäh ich auf einen anderen Korps. Aber die kam noch ein. Noch nicht? Noch nicht? Noch nicht? Noch nicht? Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht? Wir sparen die jetzt mit ihnen mal zu. Mit was? Naja mit Holz. Ölse und mein Holz. Holzi, Holzi schmolz. Was ist das? Holzi, Holzi schmolz? Ja, Holzi schmolz. Herr Professor Holzleitner ist gerade geschmolken. Voll lieber. Ihr müsst nämlich mal... Wie ist denn, wir haben in der Schule einen Herr Professor Holzleitner? Unser Kartenvorstand. Sein Spissname ist eben Holzi. Und ich weiß nicht, was Luise gerade für einen schlechten Witz gebracht hat. Holzi ist voll liebe Pfannen schmolzen. Luise, was schlaberst du? Weißt du, was ich jetzt so sage? So Base-Kampf geh nicht verziehen, lass mal sehen. Komm, mach's mal. Stell dir vor, Holzi würde ich in den Scream schauen. Ich hätte in meinem Chat... Hallo! Alter, oh mein Gott. Wie grässlich wäre das, wenn dein Lehrer die Streams von dir schaut, Junge. Du sagst dann so, weil das ist Deutschlehrer. Ich würde mich so super gut ausdrücken, als wäre ich so urintellektuell, Alter. Ja genau, so voll die ganze Zeit im... 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 im Quas- Quas- Plum- plus quer- ... ... plus quam- Wir reden alles in der Nach-Nach-Vergangenheit. Warum? Warum? Bevor er mich runtergeschossen hatte, hat... Nein, bevor er mich runtergeschossen hat, hatte er mich, äh, mit dem Pfeil abgeschossen. Halt's ein bisschen. Ich hoffe mal, er hat Sturzungen. Waren wir am Chor gesen? Waren wir bei dem Chor gewesen? Genau, bevor er uns runtergeschossen hatte, habe ich einen Goldapfel gegessen. Nein, hatte ich einen Goldapfel gewesen. Leute, ich bin gut in Deutsch. Frag mich, warum ich hier nur zwei habe. Das ist ziemlich unverdämmt. Hatte ich einen Goldapfel gegessen? Hatte ich einen Goldapfel gegessen? Ja, hatte ich einen Goldapfel gegessen. Das habe ich jede Folge gesagt. Du bist ein Bruce-Quan-Perfekt, weißt du das eigentlich? Das ist ja ein richtiges... Bruce-Quan-Perfekt, ich mag Bruce-Quan-Perfekt. Ja, wer braucht eine Vergangenheit nach der Vergangenheit? Das ist Vergangenheit, Leute, oder? Ich mein, wer sagt... Jeder sagt doch, äh, ich habe ihn gekillt, und davor habe ich das und das gemacht. Man sagt ja nicht, ich habe ihn gekillt, davor bin ich in seinen Mund gewesen. Davor hatte ich in seinen Mund gewesen. Ja, ich weiß, das kenne ich doch. Oh, 358er-Pink. Also, ich stream gerade, und habe einen 48er-Pink. Du bist immer mit 358er-Pink. 308er-Pink. Ich brauche ein besseres Weihnachten. Ich weiß, ich lebe am Land. Am Land. Du wohnst nicht am Land. Nein, nein. Du bist nicht in einem Dorf. That damn it. Ja, aber es ist ein Dorf in Wien. Das ist kein Dorf. Wie, eh, du sagst jetzt aber den Namen. Den Dorf. Den Dorf. Ich sag gleich alles. Vielleicht mache ich das nur, damit die Leute nie herausfinden, wo ich wohne. Hm? Mal daran gedacht? Ja, wahrscheinlich im ersten Bezirk und günstig oder so. Genau. Deswegen auch deine, deswegen auch deine gute Internetverbindung wegen dem ersten Bezirk. Internetverbindung. Hm, cool. Was, was labest du für erste Bezirk? Ich chill in Dubai am U. Scheiße. Und wann? Du weißt schon, dass ich in Dubai am U chill. Ja, aber sonst. Entschuldigung. Na ja, was glaubst du Wochenende? Da, das ist genauso wie Sommerferien. Muss man ja wegfahren, Alter. Muss ja, ne? Ja, eh. Muss ja. Wochenende. Beschwör. Nein, apropos wegfahren. Ich war am Freitag nach der Schule nach Kitzli. Hey, ist gut. Ich bin Platz 900 in der Städte. Ach so, ich bin 2. Ähm. Ich habe eine Siegeswahrscheinlichkeit von 62%. Wirst du mich ficken? Nein. Neu. Also, mir gefällt's ja. Ich habe eine 42er. Oh. Ui. Das ändert dann wir heute. Na ja, na. Ich hab dich jetzt gemacht. Und zwar auf minus 3. Genau. Haben sich gar nicht richtig gedischt. Hast du es mitbekommen? Ich weiß. Ich hab dich gewört. Oh. Das ist aber schön. Ich hab grad einen Shader reingelegt. Ich würde ihm eh sagen. Ui. Ui. Scream. Ganz stark. Shader sind was schönes. Was ganz, ganz schönes. Ich bin grad verreckt. Die menschlichen sind ziemlich abgeschlossen. Junge, wie der sprintet wie Hillary Clinton im Grab. Und dann fällt runter. Hä? Du meinst wie, 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 wie Usain. Schmolte. Wie der Schnitzel. Was? Ah, das ist mein Teammate. Ich bin so dumm. Ich werde mein Teammate umbringen. Wuhu. Hab ich ihn jetzt gerade weggestont? Bin ich ein guter Team. Ui. Du bist schlecht. That's what your mother said to you yesterday. Ich, äh. Kinder. Okay. Und weiter geht's zum anderen Chor. Ring ding ding ring ding 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 Ja du mach wahrscheinlich pal� auf wenn als nach die Runde oder noch einer geht MaiInter spiel noch ein bißchen 24 Stunden Stream 24 Stunden Stream 24 Stunden in Minecraft Welt krass übernachten krass krass kaum unter die Brücke Leute wir müssen das echt mal machen wir müssen in Minecraft so eine Trampolinehalle bauen und dann müssen wir so ein ApoRed und dann schärf ohne Spaß wir holen so eine Mod mit Frams bauen so eine Trampolinhalle ja auch und dann sagen wir so dann holen wir so ApoRed und Leo und Machère und dann sagen wir heute übernachten wir 40 Stunden Junge das ist die geilste Idee wir machen das wirklich Leute es ist jetzt so 3 Uhr ich mach noch so ein Lepimod und oben die Glocke rein ja aber schau wir müssen das das wird so geil aber mit Mods ist es schwer auf Server ja mach halt ohne Mods es kann doch Kino sein oder so nein Kino ist fach ich bau ja einfach mit Dingern aber du musst halt den Server machen gell ja eh ne nehmen wir einfach rein nicht löschen was beste Aktion alter das machen wir halt morgen oder so nein morgen kann ich aber immer äh bei mir morgen ist Montag dann kannst du ja mal beginnen die Map zu bauen Junge das ist aber so ne geile Idee 24 Stunden wenn das jetzt jemand jemand ist in den Kommentaren glaub ich bring den Ansage an Elias zwischen ihr wisst was passiert da hat mein echten Namen gesagt ich werde sie umgebracht von der Kevin Kevin der Kevin du bist auch so ein Kevin du bist ein Justin ui was tue ich eigentlich den Kevin Justin Schöckling herunterschmeißen das Problem ist es nicht ich hab dich gerade umgebracht da drin ne ich wollte gerade Suizid gewinnen indem ich mich mit einem Ambus umkriegen ich weiß ob du ein Ambus ist da ist ein Ambus also da oben da kommt ein Ambus also der ist halt runtergefallen wenn ich menschliche sind halt ziemlich abschlussend dass du hier treibst ich hab denn mit der Handgelenk weil der ist krasses Geld sind das das nennt man eben sei es los und ich fühl mich gut ich bin aber ein ich baue mir jetzt hier ein Untergrundsystem du bist da hin dann wird schon gewonnen du bist ich weiß oder verloren verloren ah ja unsere beiden Chors werden angegriffen und unser teammate denken sich so ne 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 um ne ne im ne 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 Hansjahr im Gegensatz zu dir habe ich noch und es ist so ich habe auch und ich kann nur nichts machen ja krücken kommen dazu ich würde eigentlich runter schlucken wenn ich sie hätte ich habe sie im Frühjahr gespielt genau weil ich auch everyday weil ich alle Tage ist faller da ist Floodiamantenerüstung fully die Rüstung und beim Bett am Koa wo so? Das war nicht ich so ein Tessa ey du musst aufhören Elie ja Leute war auf jeden fall ein richtig freches dream heute. Hat Spaß gemacht, Freunde. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag hier mit einem schönen Ausblick mit der Shader. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei einem Video, das 24 Stunden lang sein wird.